Perleberg. Eine gute Vorweihnachtstradition des Kreiskrankenhauses wurde auch in diesem Jahr fortgeführt. Am 6. Dezember begrüßte Geschäftsführer Carsten Krüger die zahlreichen Gäste im Foyer des Kreiskrankenhauses Prignitz zum Adventskonzert. Für die musikalisch passende Einstimmung auf das kommende Weihnachtsfest sorgten das Blechbläserensemble der Kreismusikschule Prignitz und der Chor des Gottfried-Arnott-Gymnasiums Perleberg. Fürs leibliche Wohl gab es frischgebackene Waffeln und Kuchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017